Ich will den Taco-Tanz sehen, amenakodomo. Mach mal diesen Taco an. Ich hab keine Ahnung, wo das ist, Schatz. Schau mal, wie viel Tanz ich hab. Ja. Zappel mal nicht so rum, Digga. Was werfst du da auch rum? Das war mein... ...mein Gefährte. Gibt's auch Tanz... Oh! Welchen... Was für Tänzer? Der Tanz heißt... Oh! Oh! Den gibt's auch. Ja, so siehst du auch aus. Wo hab ich denn den Taco-Tanz, Alter? Ja, ich find den auch grad nicht. Hast du den GTA mal gemacht, Trico? Ja, den hab ich ja aber auch. Bei uns sieht er nicht alle an. Wahrscheinlich zeigt er nicht alle an. Waaah? Wahrscheinlich zeigt er nicht alle an. Gib deine Nummer nur meine Dig... Oh Sivi, guck zu, wird das ein bisschen mit dem Bastard, Digga. F посмотрим deine Mutter den ganzen Tag, Digga. Komm in deine Gesellschaft, Digga, was würdest du tun? Arme Nacken und deine Mutter dabei 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 dabei... Mach mal was jetzt! Nee, den... den Hauptweg gar nicht. Ey, wo man... hab ich drinstehen? Go do Pietsch! Ich fiche... Ich werde Tiere. Ja, geh noch tiefer rein, Alter. Bleib in deinem Kreis. Oh mein Gott. Ich will den Takotanz, Ollum. Ich bewege deine Beine nicht so viel. Das regt mich voll auf, Digga. So meine Damen und Herren, die Musikbox ist zurück. Stalk nicht dieses Video, sonst fick ich deine ganze Fresse, du dummer Hickel auf deinem Sohn. Nach dem Video denkst du bestimmt, er beleidigt mich im Video. Wieso macht er das? Wenn ich es so wert, hat deine Fresse so ein Stück Scheiße. Geh arbeiten. Wer pisst dich schon um? Na! Du kannst dich killen machen, man auch heute muss sein. Ja, ich bin deutsch. Warum haben wir die Waffen und dich nicht? Kannst du auch sammeln hier überall. So, ey du Peach. Oha, was macht er denn? Okay, Lonely Latsch. Lonely und Götinusikim. Lonely und Götinusikim. Gibt's da einen Puff? Oh, ich bin aus, was sind rausgesprungen, ich idiot. Ja, weil du doof bist. Ob du doof bist, hab ich jetzt noch nicht gefallen. Statt, drück mal B, drück mal B, bevor du rausspringst. Oh, er hat sich beim Busfahrer bedankt. Ich kenn das ja, ja. Gibt XP's. Ich vergesse es immer aber. Ich muss damage mit Shotguns machen. Ich mit, äh, auch mit Shotgun. Mach mit alles. Oh, hier musst du aber echt Teilschirm benutzen. Oh scheiße, bin viel zu tief geflogen, weil ich nicht aufgepasst. Ja, ich auch, ich idiot. Ich glaub, das ist ne Stelle, wo niemand hingeht, oder? Doch, doch. Ich hör, glaub ich, schon wieder Flöckchen neben mir. Hallo? Ja, warum hörst du? Hört man das? Geh einfach hier hin. Zurikorna, Biko gehört mir. Einen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich danke für die... Ah, das wird mir das schon überlassen. Ich danke für die netten... Aber wenn er kommt, um bei Frauen ist immer komisch zu reden. Ich danke für die... netten lieben Kommentare. Viele davon sind einige Hater, aber... Egal. Sag mal hingestellt, Digga. Digga, was willst du machen? Komm in deine Garage, Digga. Komm in deine Garage, Digga. Digga, 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 Digga Digga, 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 Digga Krrrr Oh, guck... Truhe Anymore shooting? Shooting! Shooting! Hier ist Shooting! wenn man da seid ihr vorbei ist schatz und du zeit hast dann kannst du gucken ob es noch grau bei dir ist sieht man auch jetzt schon ja aber ich meinte es glaube ich gerade im fall nicht dass er umsonst stirbt was ist wenn ich runterschwemme sterb ich ja aus einer bestimmten höhe kann man nicht falsch die fleiz ist ja wieder zu drücken der musik was er der musik geworden erinnerung quatsch ach das war das sind immer gehört der arme wurde von alina der typen die hat sich nicht mehr gemeldet bei ihm und der hat auch rausgefunden die bilder die hat die bilder gekauft welche bilder ich habe ich habe sie am anfang genau beschrieben und perfekt mit den bildern gesagt und ich wusste von anfang an rico wir männer wissen einfach wie frauen sind der wäre ja schlimm wenn die männer nicht wissen wie frauen sind auch wieder wenn man ja komplett behindert bist du auch so behindert warum warum wohl weil frauen einen behindert machen und dann dieses oh voll das model und hat gekauft die hat die bilder gekauft hin und her aber was sie müssen wir müssen werden gegangen auch bei peter mit gary was ja ja dies mit gary zusammen jetzt real wohl angeblich ich habe mir das egal ich habe mit keinem mehr da was zu tun Schatz bitte. Kleiner Peach, Alter. Rico hilft mir. Ich helfe hier, warte. Steig doch an. Egal, steig doch, Bruder. Doch, hey, du kannst weg... Oh, das ist Männerbus, Männerbus, das ist Babubus, Ollum. Nein, er muss doch gar nicht stehen bleiben. Spam, du einfach ess, Alter. Ja, wollte ich ja, aber er war schon weg. Ah, meine Kaltumor. Oh, meine... Schau. Die kann das nicht. Natürlich, aber es geht nicht, komm nicht hin, Alter. Jetzt. Äh, siehst du? Fingertechnischkeit. Fähigkeit. Ah, hier, EQ und so. EQ, Alter. Hier, Football, Football. Peach. Nehmen wir jetzt nämlich geriftet. Komm zu uns. Ey, ist das doch die gleiche Map, oder bin ich dumm? Patschi, du musst schneller looten. Ist das nicht die gleiche Map? Was soll ich denn nochmal so den Speedmodus anmachen? Jaja, einfach nicht rumalbern, rumhennen und alles absuchen. Du kommst von neben mir. Das ist doch die gleiche Map, ich dachte andere. Ja klar, die haben jetzt was geändert. Die ändern Teile von der Map. Genau, aber nicht die ganze Map. Äh, das ist ja cool. Warum habt ihr dann gesagt, ihr habt keinen Bock dann? Weil die frühere Map eigentlich geil war, aber ich hör deswegen nicht das Spiel noch. Die alte war gut. Da war ganz anders wahrscheinlich. Oh, der gibt, der gibt die Drum Gun. Bam 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 bam. Ich hab heute einen Luftballon gefunden. Ein Luftballon. Ein Luftballon. Ein Luftballon. Ein Luftballon. Ein Luftballon ist ein Besitzer, Digga. Oh, Digga. Oh, MediCut, MediCut. MediCut ist scheiße, ich nimm MediCut nicht. MediCut kann man machen, wenn ein Fall zu Ende ist. Aber, wenn du beim Feigen bist, du nicht heilen musst, ne? Dann nimm lieber, äh, keine MediCut. Ich hab Luftballons. Alter, wie viel Luftballons nimmst du? Drei Stück, um abzuheben. Weil sonst. So ne Murrk. Hallo. Ja, rein in die Zone laufen, Schatz. Komm schon. Boah, sich ab. Ich hab eine grüne. Ich heb ab. Mix hält mich am Boden. Hält mich am Boden. Alles nass und grau. Bin so lange nicht geflogen. Wie ein Astronaut. Willst du auch zu Nord sein, ne? Immer noch. Hier. Achtung in die Zone rein, Schatz. Mach keinen Blitzen. Egal, kein Problem. Ich mach das schon. Ich hab MediCuts. Boah, ich bin halt so am Boden. Ey, wenn ich wegen dir Damage krieg, na? Was machst du da? Rutsch nicht. Ach du, das ist ein Gegner. Ja. Kein Problem. Ich bin hier. Ey. Schatz, hier sind Fortnite und nicht Fartnite. Es ist schießt vollst ne Frühjahrsummein. Er sagt Fartnite. Er fährt mich die ganze Zeit mit Gokard um. Das ist kein Gokard, Juni. Das ist Typ-Mobil. Warte. Hehehe. Er ist auf Wandernbaum. Ups. Hey. Danke schön. Was ist denn das, Alter? Alter. Reicht doch jetzt. Einfach, ich hab Gold. Das ist, ey. Einfach, ich hab Gold. Das ist mein Job. Ich krieg dafür Geld. Das ist Autotesten von BMW. Weißt du, neues Auto. Die Frauen sind Testermodelle. Oh. Also, ich hab keinen Bock so rumzuspielen, weil... Hilft dir jetzt. Wir sterben doch eh wieder. Ja, komm Schatz, reicht jetzt. Deine Fester mach ich erst recht. Was hast du so gesagt? Was hast du so gesagt? Was hast du gerade gesagt? Hä? Hopp. Okay. Wir müssen da hoch. Hey. Was? Da ist mein Auto in Ruhe. Das ist ja auch ganz dick hier. Jetzt ist ein Auto im Wasser. Fahr das Auto bitte auch ins Wasser. Da. Da vorne. Oh. Oh. Ich muss hoch. Hier oben. Hinter mir. Hinter dir, Schatz. Ah, hinter mir. Ui. Auch noch. Ja, ja. Fick diese weg. Rico, fick die. Er finisht mich, der Hurensohn. Also, fick ihn. Das ist eine Dreckswaffe, ihr. Er finisht dich doch gar nicht. Er wollte mich finischen. Fick ihn. Na cool, was ist das für ein Raub, ja? Ey, geh da weg. Er fick dich sonst. Ich bin eh gleich tot. Nein. Doch. Ach, die Karte verschwindet dann auch, wenn er mit 200 Sekunden. Ja, hinter mir war der Nuttenkind, Alter. Egal, der NMI macht das schon. Er holt den Bus und den Bus. Du musst ja erstmal deine Karten holen. Okay, ist ja immer geflogen. Ich dachte, die Karten musst du erholen. Fick ihn. Ey, warum ist er denn so schnell der Siebter, Digga? Buh. Starf. Vielen Dank.